Hallo Leute, ich bin Matze und ich bin Gubernito und ihr schaut 11 T-Sports TV. Genau, heute am Start haben wir für euch den Smartball, denn wir als einziger hier im deutschsprachigen Raum der Schweiz, Österreich und natürlich hier in Deutschland für euch am Start haben als einziger Händler. Und wir werden heute mal den Ball etwas genauer unter die Lupe nehmen, oder Matze? Was haben wir am Start? Genau Leute, wir zeigen euch, was das Teil so kann, vor allem in Verbindung mit der App zusammen. Und wir starten jetzt mit ein paar Curveballs, machen dann noch ein paar Knuckleballs und bin auf jeden Fall sehr gespannt, wenn wir sagen, auf geht's oder? Let's go! So, Matze hat ihn schon mal in der Hand. Wir werden jetzt den neuen Smartball testen. Um das Ganze auch richtig zu machen und die Verbindung richtig herzustellen, braucht ihr auf jeden Fall ein Smartphone. Wir haben jetzt das iPhone hier in der Hand. Auf jeden Fall in den App so gehen, mycoach Smartball App runterladen, dann kurz registrieren und dann seid ihr schon connected. Und ja, off to go! Wir versuchen uns jetzt mit der ersten Kategorie, welches Curve ist und danach knuckle, oder? Genau, richtig. Also, wir starten jetzt mit den Curveballs. Lasst euch überraschen, wird richtig geil. Genau, let's go! Noch Curve jetzt mal. Genau, jeder bekommt drei Schüsse. Der beste Drall, der höchste Drall. Gewinnt dann. Genau, richtig. So, ich starte. Hier unten kann man noch den starken Fuß einstellen. Jürgen Fuß einstellen, genau. Genau, Kubanito links Fuß, ich rechts Fuß. Genau, richtig. Bei mir rechts Fuß, Puff. Alles klar. Schießen, Schiri, gibt das Ding frei und jetzt starten. Erster Schuss und? Minimum. 608. Alter Schwede. 700 locker. Locker. Locker! Du darfst, Kubanito. Erster Schuss. Gucken wir mal, ich glaube es war 380. 315. Matze, zweiter Schuss. Vorher hatte er 600. Oh ja. 559. 559. Ähm. Ja, zweiter Schuss. Nein, ist schon besser. 604. Jetzt geht's doch, jetzt geht's doch. Jetzt geht's doch. 556. Topspan. Aber schaffst du auch nichts. Ja, ja, klar schaffe ich, klar schaffe ich, klar schaffe ich, klar schaffe ich, 800, 800. Jetzt seht ihr 800. Cristiano Ronaldo, David Beckham, all in together. All in together, I'm telling you. Team Ex-Saison, Kubanito. 89, 100. Und 392. Das kann gar nicht sein, dass das 10 Minuten geht, aber der hat irgendwas eingestellt. Irgendwas eingestellt. Fake, fake, fake. Fake, fake. Fake, fake. Ja, vier, vier Punkte, wow. Gut, dann zweite Challenge, nachdem du deine gewonnen hast mit vier Punkten. Jetzt geht's weiter zu meiner Kategorie, Knuckleballs. Genau, ich würde auch sagen, ich fange gerade an, wieder drei Schüsse. Ja, ja. Holy ****. Holy ****. Wenn das kein Knuckleball war. Ja, er war richtig stark. Was? Okay, also. Was? Ey, das kann gar nicht sein. Ey, das habt ihr alle gesehen, das war richtig krank gerade. Tempo drei von fünf Sterne, geringer Spin, vier Sterne. Kubanito die zweite und ab geht's. Weil wenn du jetzt, der hat jetzt viel, der hat jetzt viel, der hat der mehr Spin. Ich bin aber, dass der weniger gespielt hat. Weißt, der jetzt, der hat jetzt wieder mehr. Ja, ja. Aber der war schlecht, also der, weil der vorher war eigentlich perfekt. Der hat alles gesehen, ist klar. Gut, Matze, zweiter Shot. Der war gut, Berro. 61. 61. Okay, also Tempo, vier von fünf Sterne, geringer Spin, vier von fünf Sterne. Also sieht gut aus, bisher bin ich noch führend, aber du bist ganz schön knapp. Oh, der war ganz schnell, der war stark, der war ganz gut. Der war, der war ganz gut. Na klar, Tempo zwei, geringer Spin. Eigentlich habe ich das schon gewonnen, aber ich mache natürlich meinen dritten jetzt auch noch. Glück, Glück Jungs. Also komm, jetzt mach. 4,5 von fünf Sterne, 90 kmh, 54 Umdrehungen in der Minute. Und jetzt, die zweite Runde geht an Matze. So Leute, das war es hier vom Smartball-Test. Wir hoffen, euch hat es Spaß gemacht und ihr habt jetzt ein bisschen besseren Einblick bekommen. Und ja, Matze, wie geht es weiter? Genau, richtig. Also geiles Teil auf alle Fälle, auch in Kombination mit der App, viele Spielereien, also bringt euch auf alle Fälle weiter. Und wie gesagt, wir sind der einzige Händler in Deutschland, Österreich und der Schweiz, die das Teil hier vertreiben. Also wenn, dann über uns holen. Wir sind raus für heute. Wir sind raus, wie immer abonnieren, liken und natürlich kommentieren. Was hält ihr vom Ball und habt ihr damit auch schon Erfahrungen gemacht? Genau. Auf jeden Fall bestellen, 11 Team Sports. Matze, guter Meter. Genau. Jungs, macht gut.